In Saalfelden gibt es ein Problem mit wildernden Hunden. In letzter Zeit sind mehrere verendete Rehe gefunden worden, die nach Auskunft der Jäger eindeutig von Hunden gerissen worden seien. Die Jäger wollen jetzt DNA-Proben von den verendeten Tieren nehmen und sie mit Hunden aus der näheren Umgebung abgleichen. Bis dahin werden sie sich auf die Lauer legen und die wildernden Hunde auf frischer Tat ertappen, teilen die Jäger mit.